Hallo zusammen zu meinem letzten Video über Beschneidung. Ja, ich mache schon wieder eins. Die Begründung ist diesmal, es geht mir auf den Sack mittlerweile. Ich habe mir die Kommentare mal durchgelesen, ich habe mich irgendwann ausgeklingt, weil kein Bock mehr. In den Kommentaren kommt immer und immer und immer wieder dasselbe. Es ist ja Brauchtum, man darf das ja nicht verbieten, das wäre ja gegen die Religionsfreiheit. Palabra, Palabra, Palabra. Das mit der Religionsfreiheit erkläre ich noch eben und das war es dann. Weil der einzige Grund, warum man eine Beschneidung in Deutschland erlauben müsste, wäre die Religionsfreiheit. Und damit räume ich jetzt mal eben auf. Wir ziehen hier mal eben einen Kreis. Und sagen mal, das ist unsere Religionsfreiheit. Das ist meine Religionsfreiheit, deine Religionsfreiheit, die eurer Eltern, eurer Kinder, Geschwister, Arbeitskollegen, das ganze Gedöns. Und das hier ist die Freiheit der Anderen. Ich mache mal hier unsere Religionsfreiheit nach schönen Grünfarbe. Okay, weniger schön, aber trotzdem. Und die Freiheit der Anderen einen schönen Babyblau. So, wir haben jetzt unsere Freiheit und die Freiheit der Anderen. Aber hier ist auch noch eine Schnittfläche. Die mache ich mal in Rot. Was wir uns jetzt ins Gedächtnis rufen müssen, ist, was im Grundgesetz steht. Unsere Freiheit endet da, wo sie die Freiheit eines Anderen beschneidet. Das heißt, meine Freiheit, meinen Glauben auszuleben, endet da, wo ich die Freiheit meines Kindes auf einen unbeschnittenen Penis beschneiden würde. Scheiß Wortwahl. Dasselbe gilt es auch bei der Redefreiheit. Meine Redefreiheit endet da, wo ich einen Anderen beleidigen oder in seinen Rechten verletzen würde. Und jetzt kommt nicht mit diesem Ja, aber Kinder lassen ihre Eltern auch impfen. Und darum kann man das ja auch vergleichen. Nein, das kann man nicht. Eine Impfung ist lebensnotwendig. Beziehungsweise gesundheitlich fördernd. Eine Beschneidung ist laut deutschem Recht eine kosmetische Operation. Weil sowas wie religiöse Operationen gibt es nicht. Also fassen wir zusammen unsere Freiheit endet da, wo sie die Freiheit eines Anderen beschneidet. Und andersrum genauso. Das heißt, ich darf meinen Glauben in Deutschland so weit ausleben, wie es keine Gesetze verletzt. Und andere dürfen ihre Meinung sagen, es keine Gesetze verletzt. Eine Beschneidung zu verbieten ist nicht gegen unsere Pseudo-Verfassung, es ist nicht gegen irgendwelche bestehenden Gesetze, es ist nicht gegen die Religion an und für sich. Die Beschneidung allgemein wurde nie verboten, nur die Beschneidung von Kindern. Also, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheiß-Thema. Hauptsächlich, weil die Argumentation nie objektiv ist. Es ist immer nur dieses, ich finde, das sollte so sein und darum sage ich das auch so. Es ist nicht falsch verstanden. Ich habe nichts gegen eine subjektive Argumentation, aber ein bisschen Objektivität sollte man sich bewahren können dabei. Okay, das war ich mit meinem nervigen Rumgeheule morgens um halb elf. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn es euch interessiert, wenn wieder nur komisches Palabra kommt von wegen, Ja, ich will das aber, da ignuriere ich die Kommentare wieder. Ah, schönen Tag noch und Ciao.